Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Wortarten an. Artikel, Pronomen und Präfixe. Zunächst die Sätze. Ich gehe ... Fluss ... Und Ich gehe ... Die Lösungsmöglichkeiten sind A. Dem B. Den C. Dir D. Dich E. Entgegen und F. Entlang Im ersten Satz setzen wir ein Ich gehe ... Fluss entlang Das heißt, man folgt dem Fluss Und dazu kommt Ich gehe den oder am Fluss entlang Und im zweiten Satz Ich gehe entgegen Das heißt, Person A geht zu Person B und Person B geht zu Person A. Sie treffen sich dann wohl in der Mitte. Und damit heißt Satz 2 Ich gehe dir entgegen Dir ist Dativ Und zum Schluss können wir sagen, wir haben die beiden Sätze Ich gehe den oder am Fluss entlang und Ich gehe dir entgegen Und jetzt eine kleine Wiederholung der beiden Verben mit Präfixen. Entgegen gehen plus Dativ Entgegen kommen plus Dativ Entlang gehen plus Akkusativ Entlang fahren plus Akkusativ Und entlang kommen plus Akkusativ Und jetzt eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.